Meine persönliche Lieblingsnervensäge Michael ist heute auf Kneipentour. Karin macht den Service und Michael sorgt dafür, dass die Gäste am Ende mal so richtig bedient sind. Sie bekommen ein ruhiges Plätzchen am Fenster. Hinter der Scheibe sitzt Michael, Mutterseelen allein im Nebenraum. Die beiden hier sind beschäftigt mit Telefon und Speisekarte. Aber das stört Michael natürlich kein bisschen. Freundlich, fröhlich und aufdringlich macht er sich ans Kennenlernen. Und zwar so lange, bis es irgendwann klappt. Na also, so ist es brav. Obwohl, so ganz sicher, ob er auch gemeint ist, ist er sich nicht. Michael macht klar, dass er wirklich ihn meint. Ja, ja. Weißt du mich? Ja, haben wir doch schon Hallo gesagt? Hallo, zahle. Hallo, keine Ahnung. Hätten wir schon fünfmal Hallo gesagt. Das klappen wir nicht ganz kurz. Ciao. Und nun kommt, ich gehe euch auf den Geist Stufe 2. Was hätten wir da? Ich weiß nicht, was wir da sind. Michael will eigentlich nur ein bisschen plaudern. Und nerven natürlich. Entschuldigung. Hallo. Hallo. Das ist ja nett, dass Sie extra kommen. Ja, ja. Ich verstehe Sie das. Ich wollte nur wissen, wie Sie heißen. Ich? Ja. Ich heiße Michael. Hallo. Und Sie sind mit Ihrer Frau hier heute? Ja, genau. Mir essen Sie jetzt was. Und was essen Sie? Darf ich fragen? Ich versuche jetzt mein Schreiber. Ja, ich werde jetzt. Ja, super. Ja? Okay. Ja. Ja. Schöne Frage noch. Ebenso, danke. Er freut sich auf ein ruhiges Essen mit seiner Frau. Und Michael findet es toll, dass er jetzt irgendwie dazugehört. Ich will dann einfach Hallo sagen. Oh, ein Brust. Ja. Brust. Oh Gott. Jetzt habe ich neue Freunde. Und nicht nur er. Aber da hat halt nicht jeder und vor allem jede Lust drauf. Der winkt mir nicht mal lustig. Der winkt? Ja, natürlich. Ich glaube, der ist nicht ganz sauber. Hätte man irgendwo anders setzen können. Warum? Jetzt winkt er mir schon so am 20. Mal. Nach der Winkelphase möchte Michael seine neuen Freunde jetzt besser kennenlernen. Nein. Sorry. Ist soweit alles in Ordnung bei Ihnen? Alles okay da drüben. Der macht kummen Lachen. Ach so, ich dachte, Sie kennen ihn. Nein, ich kenne ihn eben nicht. Und er ist sehr aufdringlich. Wollen Sie mir die Plätze tauschen? Ja, dann mache ich das. Das habe ich dir auch schon vorgeschlagen. Gerne. Die Plätze werden getauscht. Das Essen kommt. Und Michael bleibt freundlich. Einen guten Moment hat er uns im Gespräch. Michael legt nach. Jetzt, wo man sich schon so gut kennt, will er auch mal eine persönliche Frage stellen. Das weiß nicht, wie ich aufkomme. thinks, was er wirklich quadrofakt ... Musik Jetzt sind Sie glücklich. Das muss Ihre Frau ja nicht sehen. nicht jeder ist so auskunftsfreudig ihm geht es langsam auf den sack und ihr irgendwie auch wenn man das so sagen kann bitte ich mache auch platz ja ja dürfte ich in ruhe mit meiner frau ich wollte bloß nett sein finde ich aber nett dass sie extra hierher kommen vielen dank vielen dank einen schönen tag und guten appetit wünsche ich danke sehr es gibt ja auch noch andere möglichkeiten den kontakt zu intensivieren die nächste nervphase wird eingeleitet es ist von ihrem freund von ihrem bekannten drüben und können sie immer sagen ich dachte sie kennen sich gut es ist ein netter mann aber ich möchte in ruhe mit meiner frau das kann man ihnen auch zurückgeben sie sind auch beide sehr nett danke schön dankeschön danke schön danke schön so wir gehen gehen wir morgen ein bisschen essen jetzt hast du es bestellt ist mir egal er will aber nicht zahlen sondern an den nebentisch nein doch ich so schön dass ich zu ihnen kommen darf ich möchte aber mit meiner frau jetzt in ruhe wenn ihnen das getränk michael ist einfach nicht locker warten sie mal ich hab was für sie und für die beiden auch sie haben das toll gewaschen ganz ganz großartig liebe spaß community ihr wisst ja was zu tun ist wenn euch dieser film gefallen hat ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren das freut uns sehr und wenn ihr das neue video sehen wollt einfach hier oben klicken